Du hast Lust, auch auf GRANDRP zu spielen? Dann registriere dich über den ersten Link in der Beschreibung. Gebt eure Namen ein, wie ihr auf dem Server heißen wollt. Hier kannst du dann auch direkt den GRANDRP Launcher herunterladen und schon kannst du einen der deutschen Server beitreten und spielen. Viel Spaß! Was sagen sie? Was machen sie mit meinem Agent? Hey! Lass mich los! Nein, du schlatschst nicht los! Lass mich los, du Krachbar! Halt die Schnauze! Lass sofort den Governor los! Willst du sterben? Wir brauchen hier Auto! Hey! Willst du sterben? Willst du sterben? Willst du sterben? Sag einmal! Hast du einen Arsch offen? Willst du mich gerade verarschen, du Stück Scheiß, was du bist? Was schreibst du so rum? Hast du einen Arsch offen? Du hast den Governor! Ich töte jetzt den Governor! Hier, hier ist der Governor! Der Governor ist der Governor! Wer ist der Governor? Der ist der Governor! Ich hab's gesehen! Oh mein Gott! Okay, wir entführen den jetzt! Los! Lass ihn rein! Schnell! Los! Ruft Hilfe! Ich werde entführt! Geht doch mal weg! Nein! Nein! Schnell! Nimm ihn mit! Hat er dir mein Kondom benutzt? Oh, wie bitte? Was hast du gesagt? Er hat gesagt, hätte dein Vater lieber mal ein Kondom benutzt. Ah! 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 Ciao Kakao! Warum sagt man sowas? Oh, oh, oh! Wir überschlagen uns! Oh! So, hast du Bock oder warte? Hast du mich grad gerufen? Ich hab gefragt, hast du Bock und du fragst das? Hast du mich eben gerade gerufen? Nein! Nee! Okay, ja, weil äh... Jemand sagte das gerade. Ah! Herr White, was schreien sie so? Hast du Bock oder was? Hast du mich gerade gerufen? Ich war gerade ganz kurz weg und... Halt die Schnauze! Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie ganz versagt von deinem Fresser wird gegen dich verwendet. Du hast immer Schuld, egal was du sagst. Egal was, auch wenn du mir was beweist, ich sag trotzdem, du hast Schuld. Weil ich hab die Waffe in meiner Tasche. Und wenn ein Richter hier ist, dann hast du Glück. Aber trotzdem, der Richter, ich hab ihn geschmiert. Er wird sagen, du hast Schuld. Und wenn kein Richter hier ist, dann hast du Pech, du Stück Scheiße. Du kommst 100% im Knast. Und in der blauen Ecke. Kampf, 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 Kampf! Reicht sie um zwei Sekunden. Stopp, stopp, stopp! Chef! 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 Die kommt! Die kommt! Abo, 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 Abo! Das machen wir euch bei... Chef, Chef! Alright, Chef, Chef! Hey, Chef! Oh, okay! Oh, Shit, Oh, Shit! Chef! Wenn du Lied und Lan Surprise den heraust! Sereme! Leck den hin! Leg den hin! Leg den hin! Leg den hin! Leg den hin, Leg den, Leg den, Leg den hin! Bang, Leg den� 2022, oh je. Hier ist es bei 5? komm, hol den. family! Oh mein Gott. Nein, 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 nein! Ja, Jahr! Ja, Ja, Nein, nein, nein! Oh ja. Oh ja. Oh ja. Stopp. IJBIN WONDED. Ich will jetzt die Geisel holen. IJBIN WONDED. Während ihr medizinische Versorgung geleistet wült und ich die Flau umsmeiße. Perfekt jetzt ganz einsteigen. Ja noch den Kollegen überfahren ne. Na wirklich sie sind auch ein wenig geisig zurückgeblieben kann das sein. welchen kollegen sie da war gerade ein kollege von der regierung vor ihrem auto ist einfach mitgenommen haben und ihr auto qualien vorne raus ich würde mal gegen den werkstatt aufsuchen schuss ich ja schlüssig entscheidend ist er weil die auto kollege beste freunde ich möchte ihren dienstausweis mein dienstausweis ja genau der maus jetzt hier so ich muss der schoss kollege kollege normal hallo der ja das ist ja aber wie soll ich ihn jetzt stoppen auch die Come on, Bro. Freunde, was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Erzähl mal. Willst du, dass du mich real-life-freund hast oder nicht? Und dass meine Mutter eine... Das ist nicht nett von dir. Kannst du reden? Kannst du dich abfangen? Warum sagst du... Hallo, ich frag dich doch was. Rede doch, Bruder. Kannst du reden oder... Mach doch mal den Kiefer auf und rede. Mensch, mit dir rede. Er hat recht. Ja, aber ich sag ehrlich, du hast mich da auch ein bisschen getroffen. Ja komm, bist du selber schuld. Dann wird halt einfach F1 gemacht, ne? Was ist das denn hier für ein RP von ihm? Was ist das denn für ein RP von ihm? Was ist das denn für ein RP? Oder... Danke. Ich muss sagen, gell, also... Warm wärmer jetzt da. Da trinken wir uns drauf. Oh, Stößchen auf Mösschen. Eh, angenehm. Man kann sich unterhalten. Schatzi, ich brenne für dich. Das klingt an unangenehm zu riechen, wenn du auf dem Feuer stehst. Wieso? Jetzt hab ich extra drei Wochen nicht gewaschen, dass du länger was davon hast. Das nennt man Geschmacksverstärker-Zfixer-Greiten, he? Und mit extra Streichkäse drauf. Ich glaub, ich brenne an. Warte mal. Ah, guck mal hier, hier, hier. Guck mal, guck dir da mal an, wie bodenlos. Wie bodenlos, Digga. 6-7-9-7-Danks. Langsam wird es mir zu viel. Wenn ich sehe, wie sie leben, will ich einfach ihr weg. Ich gebe alles für die Fan-Mama, so baden in Kemp. Ihre Voter sind gelogen, nur die Taten sind echt. Langsam hab ich mich gewinnt an die Sitze im Bett. Neue Highlight, jetzt ist vorbei, bye. 2 bis Night-Night, Berlin City Primetime. Bald kommt das Highlight, Bro's on my side, side, Berlin City Primetime. Du gehst hier unter, wenn du nicht an dich glaubst. Ja, ich smoke das Pack, glaub noch ein Zug, ich bin raus, ja. Ich könnt' so viele Hose haben, es befriedigt.